Na? Ach so ist schon. So viel Zeit hab ich nicht mehr. Kannst du auch durchschlagen oder halb festen. Kannst du auch den Pfeiltasten nach links drücken. Ach, Hände hoch oder was. Na, aber Junge. Ich muss grad aufs Kopf stellen. Hoffentlich will ich hier wohl. LB ist. Scheißlich ist echt schwächer. Ja, und ich kann auch raus, genau. Das ist das, was du machen kannst. Okay. Ja. Ja. Ist er tot? Aufdauern. Sei schön, Knopf. Wieso tut der sich auch jetzt voll hier? Ja. 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 Da ist meine Milizierung. Wie ey. Ich bin so dumm. Hä? Der ist doch auch hier lang oder nicht? Ja, der warnt da. Aber er ist wahrscheinlich die Tür da raus. Ja. 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 Einer, dieser ist verrückt. Ja. Wie schnell ist er denn? Wie schnell ist er denn? Wie schnell ist er denn? Wer sich im Zimmer befindet, sollte die Tür abhängen und besser wegleiten. Wer sich in einem öffentlichen Bereich befindet, sollte der Verwerbungsverfahren... Oh! Das ist ja auswitzig, du bist. Wo kommst du denn da auf jetzt? Wo willst du denn hin, oder da kommst du? Wir wollen nicht jetzt weiter. Wie das jetzt immer springt ist, dann könntest du schneller... Sehr lang! Ich mach mit den Zuschauern, 91. Ich will den Reden, ich bin ja hochkonzentriert. Ich hab jede Menge für die Lichter zu tun. Ich hab jede Menge für die Runden hier rumballern. Ach fuck! Ich hab jetzt noch Sussu. Spielt du jetzt. Hilfe! 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 Von Silber kriegen wir nichts weiter. Ich bin selber! Hast du ne Knade? Ich glaube, wir sind jetzt fertig. Ich will da nochmal hin vorbei. Schnell reden! Hilfe! 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 Ich seh nix! Das ist ja jetzt gut! Ich bin selber weg. 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 Und dann lass dir weg. Das ist nicht natürlich! Alter, was machen die Beine? Oh, Kopfschuss! So aus Versehen! Leider so farb prediktet, Alter! Ich habe die Wachzentrale gefunden. Geweiß er den Gang runter, dann stößt du auf die Lobby. Da bist du ein Simi? Okay, du bist Simi. Simi-Westen kenn ich mich aus! Ist selber einer, oder? Playbord! Vorsicht! Hanno! Mach Hanno! Pass nicht! Und gleich den anderen anisieren! Muss er dich nicht abknallt oder sowas! Und dann pass nicht! Sehr schön! Wau Junge! Wuhu! Vorsicht! Hanno! Mach Hanno! Nicht ballern! Ich hab dir Kopfschuss gegeben, du Pissnake! Hey, das ist Battlefield! Gude Glock! Scheiße! Ah! 1199! Offizier am Boden! Wie konnte der eine Schiff mehr nehmen? Einmal, du hast eine neue Waffe, glaube ich! Ja, die Glock! Geh, rüber! Was? Rüber! Äh, ja, ich bin scheißer, aber das seht ihr ja selber! Aber weiter geht's! Da hast du eine andere Waffe nehmen können jetzt! Hey, nein, die Glock ist toll! Ich mag die Glock! Und das ist eine Micro-MP! Hey, nein! Ich hab nur die Glock neu! Nein, aber das ist ein Micro! Nein, hast du nicht vorsichtig, dass sie direkt Gegner festnehmen, ne? Bewusst! Genau, schnell machen! Und die anderen auch gleich festnehmen! Kein Kopfschuss? Kein Kopfschuss! Heute konnten wir eine Tüte Kopfschuss übernehmen! Weil du deinen Kopf nicht getroffen hast! Sonst sollst du uns hier rot aufleuchten! Und Hanno hoch! Rüber! Hinrennen! Hanno! Du bist verhaftet! Okay, erst mal! Weißt du, das ist schwer bewaffnete! Ich bin alleine und hab ne Glock in der Hand! Aber nein! Ich kann die ruhig verhaften! Hallo! Ey! Das ist Chain, Alter! Weißt du, könnt mich so easy abknallen! Warte ich! Die sind grad mit dem Kopf nicht zu dir gewendet! Heute fährt ein Treppow runter! Genau! Bleibt da stehen! Du siehst auf dem Radar, wo er landet! Du Vollidiot! Warum hast du jetzt die Mauer abgeballert! Ich wollte zur Seite rausgucken! Ich wollte zur Seite rausgucken! Das war ein Kopfschuss! Ja dann! Hey! Ist jeder! Ja jeder! Zehn Schuss! Ja! Ja! Zurück! Zurück! Das ist nicht zurück! Hey! Du sollst zurückgehen! Wieso? Weil deine Mega-Waffen wahrscheinlich sind! Weiß nicht! Da! Mach 10! Aufheben! Ne Mac-10! Ne Mac-10! Ne Mac-10! Da war irgendwas oben! Nur damit ich die Waffen mal habe! Da ist noch jemand! Irgendwo! Da rein! Hier! Da war nicht offen! Da ist es da! Und dafür, wenn dein dein erstes Verrat ist, bist du ziemlich gesprächig! Hey! Kai! Kai! Hör auf! Kai! Hör auf! Oder sonst was! Kapieren! Kai! Was soll der Schatz? Die halbe Unterwelt von Miami schießt auf uns und du zerlegst Leo? Was zum Teufel soll das? Haben wir zwei etwa ein Problem? Wow! Das ist alles voller toter Drogendealer! Das ist das Problem! Leo braucht Schutz! Dann ist ja alles klar! Er sieht übel aus! Dann hilf du doch dem Kenner auf die Beine! Hey! Du hast ihn so zugerichtet! Oh! Oh! Ich mag die Tapasiat und traut mich! Warum? Was zur Hölle ist das? Wir müssen los! Hey! Detektor! Sag ich mich jetzt drei Ball an? Jetzt darfst du dich beibeallen! Juhu! Ich komm rüber! Das ist das, der Tektor selber lebt, also geht von den Kollegen da! Kapseln, Kapseln! Nice! Kopfschuss! Aber die Wecktellert kommen wohl nie! Wer muss denn? Oh, wer ist denn mit der Ausweg? Die Wecktellert, das ist Gas! Nachladen! Weg, das Gas! Ich konnte nichts machen, ich hatte keine Muligen mehr! Du hattest genug in der Mission drinne gehabt! Ja, da war das Gas und ich musste weg! Ja, aber nicht zum Gas hinlaufen, vom Gas weglaufen! Heppendorf, wir haben Leo! Lass man da unten auch schon aber alles ballern! Oh! Hey, hey, hey! Vorsicht! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Wecks tillева ab! Ja.